Was ist jetzt der Unterschied zwischen Death Metal und Thresh Metal? Ich steig da auch gar nicht so ganz durch. Für mich ist das irgendwie alles Rock'n'Roll. Wir sind jeden Tag einige Stunden im Proberaum und meistens von Montags bis Freitags. Da muss halt doch schon was getan werden. Wenn man unten proben geht, dann kommt man sich richtig vor, als ob man in Kirche mal hoch geht. Als wir unsere erste Platte aufgenommen haben, ich war damals 16. Und natürlich hat man dann noch ganz andere Vorstellungen von Texten oder von überhaupt. Man hat noch gar nicht gewusst, wie viel Einfluss Texte auf die Leute haben können. Am Anfang haben wir auch noch nicht so darüber nachgedacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Und zwar die Musik am Anfang wichtiger als die Texte. Ich bin zur Zeit auf US. und wir hatten aus dem Drive-By-Shooting, das ist so eine Art Volkssport hier in Amerika oder wie auch immer. Da fahren die Leute einfach so wahllos durch die Straßen und knallen einfach ein paar Leute ab. Und wir versuchen einfach in unserer Musik diese Realitäten irgendwo darzustellen. Metal ist auf keinen Fall eine Musik, die Gewalt befürwortet. Ich finde eher, dass diese Art von Musik vielen Leuten die Möglichkeit gibt, ihre Aggressionen auf positive Art und Weise umzuwandeln. Wir würden uns eigentlich nicht als eine politische Band bezeichnen, sondern mehr eine Band, die eine politische Position vertritt. In der so-called Europe after the rain. Alter Grekker! Untertitelung. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020